Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Wunderagent Smart Invest Wahlchecks. Heute wollen wir über das Thema sprechen, ist der Staat der bessere Vermieter? Hier geht es um Punkte wie, sollte der soziale Wohnungsbau gefördert werden? Sollten Immobilienkonzerne enteignet werden? Sollte das Vorkaufsrecht der Kommunen gestärkt werden? Und als vierten Punkt, sollte das Umwandlungsverbot ausgeweitet werden oder zurückgenommen werden? Ich spreche wieder mit Matthias über diese Themen und wir analysieren, welche Partei wie zu welchem Thema steht. Viel Spaß dabei! Matthias, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Wunderagent Smart Invest Wahlchecks. Heute im zweiten Thema wollen wir darüber sprechen, ist der Staat eigentlich der bessere Vermieter? Und angefangen vielleicht mit dem Thema sozialen Wohnungsbau fördern. Das ist ja quasi eine Maßnahme, wo der Staat Subventionen gibt, zum Beispiel auch Investoren, die Neubau fördern, die quasi spezielle Kredite bekommen mit günstigen Zinsen oder andere Fördermöglichkeiten, damit halt sozialer Wohnungsbau gefördert wird. Und es sind ja dann Wohnungen, wo die Mieten einfach vom Staat subventioniert werden und meistens 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro unter dem jeweiligen Marktniveau angeboten werden. Und in solchen Wohnungen darf man ja auch nur mit WBS-Schein anmieten und der WBS-Schein wird ja auch vergeben nach sozialen Karteien im Endeffekt. Du hast dir die Wahlprogramme ja mal ein bisschen angeschaut. Welche Partei steht denn wie zu dem Thema sozialen Wohnungsbau fördern? Und vor allen Dingen, wie ist auch deine Meinung dazu? Ja, also grundsätzlich stehen alle dafür. Also da wird man sich nicht beliebt machen, wenn man dagegen wäre. Es gibt mit der FDP und AfD zwei Parteien im Grunde, die sich dazu nicht geäußert haben. Was eigentlich so ein bisschen überraschend ist, gerade für die FDP, die ja eher so die Philosophie des Förderns, des Subventionierens hat, könnte das ja wunderbar aufgreifen. Aber haben die leider nicht. Aber grundsätzlich herrscht Einigkeit. Das soll passieren, das soll gemacht werden. Ja, das kann durch finanzielle Unterstützung sein. Das kann aber auch solche Mittel sein, wie dass die Stadt beziehungsweise die Kommunen ein Vorkaufsrecht auch bekommen für Baugrundstücke, um dort auch Sozialbauten entstehen zu lassen. Und dass es nicht erst auf dem Markt direkt angeboten wird. Grundsätzlich würde ich sagen, sehr sinnvoll, notwendig. Jetzt muss das auch gemacht werden. Ja, was ich auch schreckend finde, also man spricht ja schon viele Jahre über das Thema sozialen Wohnungsbau zu fördern, zu stärken und man bekommt es einfach nicht geregelt. Also ich weiß nicht, wo da die Probleme liegen. Aber prinzipiell sperrt sich ja keine Partei dagegen und man bekommt es einfach nicht umgesetzt. Jedes Jahr verlieren mehr und mehr Wohnungen diese Sozialbindung und werden auf dem freien Markt zu ganz normalen Marktmieten angeboten. Und de facto wird das Angebot an Sozialwohnungen immer reduziert. Wirklich ein schwieriges Thema. Also ich bin auch sehr stark dafür. Ich glaube, man sollte das Thema auch ein bisschen anders anpacken. Weil, was ich ganz spannend finde, man muss einmal einen WBS-Schein haben, dann darf man in so eine Wohnung einziehen. Die sind ja meistens von den staatlichen Wohnungsbaugenossenschaften auch, werden die dann betrieben. Oder zum Teil auch von Privatinvestoren. Aber mit einem WBS-Schein darf man da quasi einziehen. Und gerade bei den Wohnungsbaugenossenschaften, da möchte man ja gerne rein. Weil in so einer Genossenschaft, da sind die Mieten immer human, die steigen auch nicht so schnell. Und es ist ja schon eine sehr große Sicherheit, wenn ich so eine Wohnung habe, zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin oder München, wo man halt einen angespannten Wohnungsmarkt hat. Aber de facto, als Student zum Beispiel, wenn ich wenig Einkommen habe, ich kann mir einen WBS-Schein holen, ziehe dann vielleicht mit einem Kommilitonen oder jemand anders in so eine Wohnung ein, habe dann in so einer staatlichen Genossenschaft eine Wohnung. Danach bin ich fertig, bin Anwalt, bin Arzt. Und kann trotzdem noch in der Wohnung wohnen. Es gibt keine Möglichkeit, diese Mieter wieder aus einer WBS-Wohnung zu entfangen. Das finde ich auch wirklich kritisch. Das sind ja dann Leute, die es sich wirklich leisten können, auch mehr Miete zu zahlen. Die müssen es einfach nicht. Die zahlen immer noch die günstige Miete, weil sie damals einen WBS-Schein hatten. Also ich glaube, unter dem Gesichtspunkt, sozialen Wohnungsbau fördern, kann man auch das Thema mal anpassen oder anpacken. Ich glaube, ich biete natürlich auch sozialen Sprengstoff, Leute einfach aus einer Wohnung zu entfernen. Aber zumindest, wenn ich den sozialen Wohnungsbau fördere und neue Mieter in diese Wohnung lasse, dann kann man sagen, sie brauchen einen aktuellen WBS-Schein. Und da wird auch regelmäßig geprüft, ob sie über noch berechtigt sind, in so einer staatlich geförderten Wohnung zu wohnen. Und wenn es halt nicht mehr der Fall ist, ist es halt so. Da müssen sie leider ausziehen und sich eine andere Wohnung sorgen. Oder sie zahlen eine höhere Miete dann. So, dass der Staat zum Beispiel auch mehr Geld bekommt für solche Wohnungen, wenn sich die Leute das leisten können, um das in einen neuen sozialen Wohnungsbau zu investieren. Ich glaube, das kann man unter verschiedenen Aspekten sehen. Aber ich glaube, dass es dann eine Reform braucht, das ist ganz dringend notwendig. Ja, zwingend. Also so eine Ungerechtigkeit, das kann gar nicht wahr sein, dass der Arzt dann da immer noch für seine 300 Euro kalt lebt in einer Wohnung, die normalerweise, wenn es kein Wohnungsbau wäre, irgendwie 700 kosten würde. Und da einfach wohnen bleiben darf. Also ich bin zwar dagegen, dass er ausziehen muss, das nicht, aber dann muss er zu üblichen Marktpreisen Mieten zahlen. Das wäre für mich angemessen. Und dann würde sich das vielleicht auch regulieren. Also einerseits hat man dann die höheren Einnahmen, die man wieder als Staat nutzen kann, um wieder zu fördern. Ja, zum Beispiel Wohngeld zu zahlen für Wohnungen, die jetzt auch kein Wohnungsbau sind, kein sozialer Wohnungsbau. Beziehungsweise vielleicht führt es auch letztendlich dazu, dass die Leute sagen, na gut, wenn ich den ganz normalen Preis zahle, vielleicht fuhre ich mir eine neue Wohnung, die mir irgendwie ein bisschen besser gefällt, etc., wenn ich eh schon den normalen Preis zahlen muss. Aktuell zwingt man ja die Leute, oder man schafft sehr starke Anreize dafür, dass man wohnen bleibt in der Wohnung, weil man halt eine günstige Miete zahlt. Auch wenn ich vielleicht am anderen Ende der Stadt arbeite, und es eigentlich viel sinnvoller wäre, dorthin zu ziehen, um dort eine Wohnung zu suchen im Endeffekt. Also man hält die Leute de facto in den Wohnungen fest, weil der normale Marktmietpreis gestiegen ist. Und auch ökologisch, die Leute fahren dann viel weiter zur Wohnung und es wäre viel sinnvoller, einfach näher an den Arbeitsort zu ziehen. Oder man möchte sich vergrößern und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist nicht sinnvoll, wie es aktuell läuft. Das denke ich auch, ja. Ich denke aber, das ganz große Problem, warum das Thema seit Jahren da ist und irgendwie nicht gelöst wird, ist einfach, und das ist insgesamt das Problem, es werden zu wenig Bauflächen freigegeben. Also zumindest ist das so in Berlin ganz klar der Fall. Das ist ein bekanntes Thema. Da gibt es dann auch so Abstimmungen, Tempelhof etc. Soll das entstehen oder nicht? Die Leute, die da wohnen, dürfen entscheiden. Die wollen jetzt auch nicht, dass es dichter und vielleicht auch dadurch irgendwie teurer wird. Deswegen werden sie tendenziell Nein stimmen aus persönlichen Interessen, die ich auch nachvollziehen kann. Und das Endergebnis ist, es passiert nichts, nicht mehr Angebot, Preise steigen weiter und es entsteht nicht mehr sozialer Wohnungsbau auf diese Art und Weise. Also das müsste sich ändern. Ja, das stimmt. Oder zum Beispiel, man könnte es jetzt auch angehen in dem Thema Ökologie verbessern, Modernisierungsmaßnahmen und so weiter und so fort, dass quasi Eigentümer auch subventioniert werden, wenn mit Steuervorteil zusätzliche Anreize Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen und im Gegenzug aber humanere Mieten anbieten müssen. Und zum Beispiel so auch in Bestandswohnungen den sozialen Wohnungsbau einzuführen im Endeffekt. Ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit, wie man einfach noch mehr solche Wohnungen anbieten kann, um im Endeffekt auch die Gentrifizierung der Stadt zu verhindern. Ja. Okay, zweites Thema. Sollten Immobilienkonzerne enteignet werden? Wir in Berlin müssen ja auch entscheiden. Demnächst, Matthias, worum geht es da genau? Ja, die Initiative heißt ja Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Einer der größten Bestandshalter in Deutschland für Wohnimmobilien. Und die haben natürlich den Ruf, dass sie Mieten hochtreiben durch Sanierung, Modernisierung etc. und das weiterentwickeln, weil dann natürlich auch eine Aktiengesellschaft dahinter steckt. Da sind Renditeerwartungen. Das ist also ein Mechanismus, den ich erst mal verstehe, als problematisch, wenn das so groß ist. Jetzt bin ich aber auch ein Freund von Vertragsrecht. Und Enteignung finde ich schwierig, wenn alles, was sie tun, auf Basis der Gesetzgebung passiert. Sie nicht gegen Gesetze verstoßen etc. Und dann in dem Modus bin ich dann ganz klar gegen die Idee der Enteignung. Und wenn die Enteignung passieren sollte, es kann ja auch wirklich mal Einzelfälle geben, wo man sagt, zum Wohle der Allgemeinheit, es ist in diesem Fall sinnvoller und schützenswerter, dass man enteignet, aber dann muss es mit einer entsprechenden Entschädigung passieren. Und einer marktgerechten Entschädigung und nicht einer willkürlich ausgedachten, die für die Stadt, Kommune, das Land sehr günstig ausfällt. Ja, also prinzipiell stimme ich da auch zu. Wenn es gerechtfertigt ist und es dem Allgemeinwohl gut tut, dann kann man in Ausnahmefällen auch enteignen. Und das darf man ja de facto heute schon. Die Kommunen sind dazu berechtigt. Natürlich gegen eine angemessene Entschädigung. Aber die andere Frage ist, ist es auch sinnvoll, das Geld der Kommune, unser Steuergeld, dafür einzusetzen? Ja, weil warum macht man das? Man möchte ja die Situation im angespannten Wohnungsmarkt ändern. Aber man legt den Kommunen meiner Meinung nach dadurch auch extreme Fesseln an. Weil sie kaufen ja Häuser, die meistens auch in nicht so gutem technischen Zustand sind. Und warum haben diese Gesellschaften den Ruf, die Mieten nach oben zu treiben? Weil sie natürlich auch Geld investieren in Modernisierungsmaßnahmen, auch ökologisch, mit Wärmedämmung und besseren Fenstern und bessere Heizungsanlage und so weiter und so fort. Aber das muss auch gezahlt werden. Und de facto kaufen dann die Kommunen, enteignen dann diese Wohnungen, haben schlechte Mieten, das muss ja refinanziert werden. Ja, und die Kommune muss ja auch Zinsen zahlen für den Kredit dann, den sie aufnehmen und so weiter und so fort. Also ist das Geld, was man da rein investiert, gut angelegt? Oder wäre es auf einer anderen Seite vielleicht besser angelegt, das Geld in Neubau zu stecken oder Anreize zu schaffen? Ich glaube, das sind die falschen Mittel, um das Thema des angespannten Wohnungsmarkts zu lösen. Das denke ich auch. Es ist letztendlich gar kein Mittel, also kein funktionierendes, weil das Angebot wird sich nicht verbessern. Ganz einfach, ganz klar. Ja, genau. Okay, nächstes Thema. Vorkaufsrecht der Kommunen stärken. Matthias, worum geht es da genau? Also letztendlich die Idee, dass die Kommunen bei Transaktionen, Immobilienverkäufen oder Grundstücksverkäufen das Recht haben, zuerst zu kaufen. Das haben wir ja schon sehr oft. Das ist jetzt keine so neue Idee. Also das ganze Thema auch mit Milieuschutzgebieten, wo die Stadt oder die Kommune das Recht ziehen kann. Und zu den gleichen Konditionen, so sollte es sein. Nur unter diesen Spielregeln macht das für mich Sinn und es ist auch fair, es kaufen kann wie andere Marktteilnehmer. Also wir haben immer noch eine freie Marktwirtschaft, auch mit sozialen Gedanken, aber es sollte trotzdem frei bleiben, grundsätzlich. Die Frage ist jetzt, würde man das irgendwie einführen und das stärken? Wie würde das aussehen? Das könnte eigentlich nur dann funktionieren, wenn Sie zu deutlich günstigeren Konditionen kaufen dürfen. Weil jetzt die vielen Optionen, die es gibt, wir erleben ja die ganzen Transaktionen, da gibt es Vorkaufsrecht von Stadt und Kommune, wird aber sehr selten gezogen. Weil das muss auch erst mal wieder finanziert werden. Das kann sich nicht jede Kommune und Stadt überhaupt leisten. Das heißt, es könnte nur in dem Modus wirksam für mich funktionieren, zumindest fällt mir nichts anderes ein, dass sie deutlich günstiger kaufen. Und da bin ich dann wieder zwiegespalten. Also da gibt es ja dann auch Verkäufer. Was ist, wenn das Privatpersonen bzw. Gesellschaften sind, deren Vermögen das letztendlich ist und die dann deutlich geringeren Betrag bekommen. Was ja auch wieder eine Form von Enteignung wäre, wenn der Staat günstiger kaufen kann, als man es am freien Markt verkaufen kann. Total. Also deswegen die Idee an sich gut, aber mit den gleichen Spielregeln wie für alle anderen Marktteilnehmer auch. Und die Frage ist ja auch wieder, hier legt man den staatlichen Wohnungsbaugesellschaften auch dann wieder Fesseln an. Weil man kauft ja ein Haus und das muss ja nicht in einem guten technischen Zustand sein. Die Mieten sind schlecht. Man hat eine schlechte Rendite auf so ein Haus, was man kauft in Berlin. Das ist ja nicht, also wenn man das finanzieren will, ist das ja schon teuer. Und das macht meistens nur Sinn, indem man damit irgendwie Geld verdienen kann. Indem man es modernisiert und dann die Modernisierungsmaßnahmen auch die Mieten steigern kann. Und dann nutzt sich das im Endeffekt. Und kann sich der Staat es dann leisten, Geld in die Modernisierung zu stecken, wo schon prinzipiell die Mieten schlecht sind und ich eine schlechte Rendite darauf habe. Also da nimmt man ja unser Steuergeld und steckt es da rein. Aber die Mieten muss der Staat ja dann auch irgendwo anpassen, wenn Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Sehr, sehr schwieriges Thema. Ob das der richtige Weg ist? Ich glaube, um den angespannten Wohnungsmarkt zu lösen, Neubau fördern, sozialen Wohnungsbau fördern. Ich glaube, das sind wirklich Mittel, wo man das aktiv angehen kann. Ich glaube nicht, dass der Staat auch in dem Punkt unbedingt der bessere Vermieter ist. Weil es gab Beispiele in Berlin, wo die Stadt das Vorkaufsreich gezogen hat, wo dann auch schon mit höheren Mieten kalkuliert wurde, weil man weiß einfach, okay, ich muss Geld investieren in das Haus. Und dann weiß ich nicht, ob der Staat da besser ist als ein staatlicher oder als ein privater Konzern oder ein Privateigentümer. Schwierig. Ich glaube, es ist das falsche Mittel. Das denke ich auch. Umwandlungsverbot. Umwandlungsverbot ist ja gerade beschlossen worden von unserer aktuellen Regierung. CDU geführt mit SPD. Innenminister Horst Seehofer hat das Gesetz in die Wege geleitet. Was besagt das eigentlich, Matthias, Umwandlungsverbot? Ja, letztendlich, das Wording ist immer so ein bisschen missverständlich, aber dass Mietwohnungen nicht mehr in Eigentumswohnungen umgewandelt werden dürfen. Also jetzt ein bisschen einfacher ausgesprochen und praktikabler gedacht. Man hat ein Mehrfamilienhaus, das hat einen Eigentümer und das stellt eine juristische Einheit dar auf dem Papier. Und das wird dann umgewandelt in viele einzelne Einheiten und das Ergebnis ist, dass die Einzelnen verkauft werden dürfen. Was an sich erstmal doch ein guter Gedanke ist, dass Privatpersonen wie du und ich auch eine Wohnung kaufen können, weil wir werden uns kein Mehrfamilienhaus kaufen können. Und das soll verboten werden oder wurde verboten. Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema zur Altersvorsorge. Mal die ganzen Wohnungs-, Mietmarkt-, Mobilmarkt beiseite gelassen. Wir haben ja eine Gesellschaft, wo die Älteren irgendwann immer mehr werden und weniger Jünger nachkommen. Wir müssen die Renten finanzieren. Es gibt ja aktuell schon eine Rentenlücke, die besagt ja irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent von unserem aktuellen Nettoeinkommen werden wir später mal als Rente bekommen, als staatliche Rente bekommen. Das heißt, das ist ein Riesenbatzen Geld, der da einfach fehlt, um später unseren Lebensunterhalt zu decken. Und der Staat befürwortet ja auch die private Altersvorsorge. Aber welche Mittel zur privaten Altersvorsorge hat man denn als Otto-Normalverbraucher? Man kann sein Geld aus Sparkonto legen bei null Zinsen. Oder Strafzinsen. Oder Strafzinsen zum Teil noch. Nicht sehr sinnvoll. Da wird die Inflation, frisst das Geld auf und da ist später eher mal weniger da als jetzt aktuell. Man kann das Geld in Aktien und ETFs investieren. Ja, ist sinnvoll. Aber viele Leute haben auch Angst davor, will nicht jeder. Ja, staatliche Förderprogramme wie Riester sind auch schwierig, zum Teil vorteilhaft, zum Teil aber auch sehr negativ und mit sehr hohen Gebühren belastet, was auch eher die Versicherungsindustrie gefördert hat. Da gibt es auch Vorbehalte gegen Riester. Und es nützt vor allen Dingen nicht jedem. Das ist vor allen Dingen für Angestellte interessant, aber nicht für Freiberufler zum Beispiel oder Selbstständige. Und auch die Arbeitskultur, es gibt ja immer mehr Leute, die selbstständig sind, die als Freelancer arbeiten, für die ist Riester keine Optionen zum Beispiel. Und als letztes Mittel oder als ein weiteres Mittel gibt es halt noch die Immobilieninvestitionen. Und wenn ich jetzt das Umwandlungsverbot noch stärker ausweite oder wenn die das die Kommunen anwenden, lokal, besagt ja, dass ich den verfügbaren Bestand an Eigentumswohnungen weiter begrenze, weil keine neuen Wohnungen dazukommen können. De facto. Begrenztes Angebot, steigende Nachfrage. Mehr Leute wollen in Wohnimmobilien investieren und wollen Eigentümer werden. Nicht möglich. Das heißt, die Preise steigen. Und es wird für Otto-Normalverbraucher noch schwieriger, sich eine Wohnung in eine Wohnung zu investieren zur Altersvorsorge. Aber wie soll man denn sonst privat vorsorgen? Also ich glaube, auch hier der Punkt sehr schwierig. Umwandlungsverbot. Ich weiß nicht, ob das das richtige Mittel ist. Und im Endeffekt möchte man ja auch dadurch steigende Mieten verhindern. Weil wenn ich ein Haus aufteilen kann, was sind denn eigentlich die Vorteile davon, ein Haus aufzuteilen? Ich kann eine Einzelwohnung teurer verkaufen als ein komplettes Mehrfamilienhaus. Und wenn ich eine Wohnung verkaufe, dann wird die meistens auch an Eigenbedarf verkauft, wenn sie mal leer wird, die selber einziehen. Und dadurch wird diese Wohnung dann dem Wohnungsmietmarkt entzogen. Und das ist ja eigentlich der Hintergrund. Es sollen weniger Wohnungen entzogen werden. Aber man kann ja zum Beispiel einfach das umdrehen und nicht ein Umwandlungsverbot einführen, sondern begrenzen, dass diese Wohnung dann nicht zum Eigenbedarf verkauft werden dürfen. Oder dass diese Wohnung von dem aufgeteilten Haus als Mietwohnung dem Mietmarkt erhalten werden müssen. Dass der Eigentümer nicht selber einziehen darf zum Beispiel. Und solche Dinge. Und was es meiner Meinung nach auch noch fördert, es gibt ja Leute, die sich Wohneigentum in der Stadt leisten können. Das sind meistens die natürlich gut dastehen, die eine gute Bonität haben. Und das führt einfach dazu, wenn weniger Wohnungen auf dem Markt sind und man sich keine Eigentumswohnung kaufen kann, die leer ist dadurch, dann kauft sich eine Bestandswohnung, eine Mietwohnung. Und meiner Meinung nach treibt es eher Leute dazu, auch dann eine Eigenbedarfskündigung durchzuführen. Und ich glaube, das ist auch Gentrifizierung sehr schwierig. Man sollte eher auch darüber nachdenken, wenn zum Beispiel die Eigenbedarfskündigung eine Frist einzuführen. Wenn ich eine Wohnung kaufe, die aktuell vermietet ist, ich darf halt erst nach fünf Jahren Eigenbedarf anmelden oder nach zehn Jahren. Also da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass das ein gutes Mittel ist. Oder dass ich mal selbst, wenn ich mal eine Wohnung kaufe, ich darf erst nach fünf Jahren oder zehn Jahren selbst einziehen. Vorher muss ich diese Wohnung noch als Mietwohnung anbieten oder solche Sachen im Endeffekt. Ich glaube, das wäre auch ein Mittel, wo man darüber nachdenken könnte, was ein anderer Ansatz ist, ohne so staatliche Gesetze, Aufteilungsverbot, Enteignung, Vorkausseicht der Kommunen. Ich glaube, da kann man auch andere Mittel finden. Man sollte, glaube ich, seinen Horizont mal ein bisschen erweitern und auch über andere Möglichkeiten nachdenken. Das denke ich auch. Vor allem, das Umwandlungsverbot führt ja letztendlich auch dann doch wieder dazu, dass vermehrt Immobilien bei den Wohnungskonzernen bleiben und dann mit der ganzen Debatte enteignen etc. Das ist so ein bisschen widersprüchlich letztendlich. Und um mal zusammenzufassen, weil wir noch gar nicht darauf eingegangen sind, welche Partei steht eigentlich für was, die konservativeren Parteien wie CDU, CSU, also die Union und die Freien Demokraten, die sind gegen diese Gesetze bis auf den Wohnungsbau, bis auf den sozialen Wohnungsbau. Den wollen eigentlich alle fördern. Und die Parteien, die eher links gestimmt sind, wie SPD, die Grünen und die Linke, die sind für solche Maßnahmen. Die Linke natürlich immer sehr radikal, weil sie ja auch am linken Rand der Gesellschaft stehen. Und das ist eigentlich auch die einzige Partei, die wirklich Wohnungskonzerne enteignen will, laut Wahlprogramm. Ich glaube, es kann sich hier seine Meinung bilden, was sinnvoll ist. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn man noch über andere Maßnahmen nachdenkt und es nicht die einzigen Mittel sind, das aktuelle Problem zu lösen. Matthias, das war der zweite Teil. Vielen Dank. Wir sprechen uns dann im dritten Teil. Das war es auch schon mit dem zweiten Teil unseres Wunderagent Smart Invest Wahlchecks. Im zweiten Teil haben wir ja darüber gesprochen, ist der Staat der bessere Vermieter? Ich glaube, ihr habt einen sehr guten Überblick erhalten, welche Parteien wie zu dem Thema stehen. Ihr habt unsere Meinung gehört. Jetzt wollen wir gerne auch eure Meinung hören. Lasst uns gerne einen Kommentar da und einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns zum dritten Teil des Wunderagent Wahlchecks wieder. Hier wird es gehen um das Thema Förderung von Wohnraum beziehungsweise auch Modernisierungsmaßnahmen. Seid gespannt. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.